Komm schon, mach die Sache nicht unnötig schwer. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich, aber ich verrate nichts. Nur so viel. Ich töte sie und der ganze Kuchen ist weg. Hast du ne Kippe? Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Okay, mir reicht's. Blastfetti! Ich werde dir auch nicht trinken! Sie wollten es so. Fast nichts! Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4, Mal sehen, wie aus Matschbirnen, echte Tötungsmaschine. Seite 70. Hast du jetzt, Tiss? Okay, Tötungsmaschine, werft einen tiefen Blick in euren neuen schwarzen Seelen und sagt mir, was ihr seht. Ach, ich erspare ihnen die Mühe. Ich hasse dich so sehr. Ehre der heiligen Maschine! Sicher lieber mal deine Waffen, Napoleon. Es ist erstaunlich, wie wenig so ein Mensch aushält. Und wie überaus lautstark sie das mitteilen. Ist es denn so furchtbar, zu Delamain zurückzugehen? Muss das sein. Ich hab sie bisher überleben lassen, weil ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, den Teil von mir haben sie zerstört. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Das Psychodok-Blablabla hätte ich dir eher abgenommen, wenn du mich vorhin nicht fast umgebracht hättest. Worum geht's ihnen denn? Ums Überleben? Sie bewegen sich noch, aber glauben sie mir. Sie sind tot. Woher? Genug geredet. Ich gehe zurück. Ich schicke. Ich zeige. Vielen Dank.